Hallo ihr Lieben, ich bin Anne von den Piraten Dresden und heute geht es um euch. Euer Schulweg fühlt sich unsicher an und braucht eigentlich einen Radweg? Ihr möchtet euch aktiv beim Klimaschutz in der Stadt mit einbringen? Und wer entscheidet eigentlich, wann eure Schule saniert und wie sie dann umgestaltet wird? Sehr viele städtische Themen betreffen euch Kinder und Jugendliche. Deshalb solltet ihr auch unbedingt mit einbezogen werden, zum Beispiel bei der Stadtgestaltung und wenn es um die Umsetzung von Projekten geht. Wir Piraten setzen uns dafür ein, dass eure Ideen und Vorschläge Gehör finden. Dies zum Beispiel in einem Jugendparlament, was dann auch tatsächlich Einfluss auf den Stadtrat haben soll. Außerdem sind wir grundsätzlich für die Herabsetzung des Wahlalters auf 14 Jahre. Jugendliche ab 15 Jahren dürfen Unterschriften sammeln, um damit eine Informationsveranstaltung oder auch ein Jugendforum einzuberufen, bei dem mit Vertretern aus der Stadt und der Verwaltung kommuniziert werden kann. Parteien wie wir Piraten sind dafür da, Informationen bereitzustellen und Wege zur Beteiligung zu ermöglichen. Wir können dabei helfen, eine Demonstration zu organisieren und dabei zum Beispiel auch den Lautsprecher stellen oder auch Fragen an den Oberbürgermeister zu richten, als auch Flyer zu gestalten oder ganz viele verschiedene Aktionen zu machen. Bringt euch auf jeden Fall ein und werdet aktiv. Politik lebt vom Mitmachen. Liebe Grüße und Ahoi! Beimcein. Alles Gute! Beimatmen. coloring Lords kauf!